Unter der Bezeichnung Österreich II werden in Österreich die neuen öffentlich-rechtlichen Radioprogramme des ORF subsummiert, die ihr Programm jeweils nur bundeslandweit ausstrahlen. Es sind jeweils stark auf regionale Themen ausgerichtete Full-Service-Programme mit Nachrichten, Wetter, Verkehr und regionalen Reportagen, die von den ORF-Landestudios produziert werden. Sämtliche Landesprogramme werden über terrestrische UKW-Frequenzen und digital über den Satelliten Astra ausgestrahlt. Regionalradius Es handelt sich um die folgenden Programme Radio Wien, Radio Niederösterreich, Radio Oberösterreich, Radio Burgenland, Radio Salzburg, Radio Steiermark, Radio Tirol, Radio Vorarlberg, Radio Kärnten. Die Regionalradius wurden in den letzten Jahren zu Formatradius umgewandelt. Ihr Zielpublikum liegt bei der Gruppe 35+, wo sie auch klarer Marktführer bei Reichweiten und Marktanteilen sind. Das Musikformat besteht vor allem aus Schlagern, Oldies und Superhits. Allerdings gibt es Teilanstalten wie Radio Oberösterreich, die ähnlich wie einst zusätzlich klassische Musikprogramme, Literatursendungen und freie Radioproduktionen ausstrahlen. Eine der am längsten produzierten Radioserien war die legendäre tägliche Sendung Autofahrer unterwegs, deren insgesamt 15.153 Folgen zwischen 1957 und 1999 Österreich weit auf R ausgestrahlt wurden. Geschichte Bis in die 1990er Jahre waren viele Ö2-Landesprogramme von volkstümlicher Unterhaltungsmusik dominiert und wurden deshalb manchmal auch etwas abwertend als Hausfrauenradio bezeichnet. Kurz vor der erstmaligen Zulassung von Privatradios, die zunächst nur bundeslandweit senden durften, wurde die Musikauswahl einiger Landessender stärker internationalisiert. Die neu entstehenden regionalen Privatradios versuchten in der Folge durch eine Musikauswahl zu punkten, durch die sie eher mit Hö 3 konkurrieren als mit Hö 2. Wegen der besseren finanziellen und personellen Ausstattung fällt es den Landesstudios der S2-Senderkette auch im journalistischen Bereich leicht, die Oberhand über die regionalen Privatradios zu behalten. Mit Ausnahme der gemeinsamen Weltnachrichten produzieren die Landesradios rund um die Uhr ein eigenständiges, nach regionalen Gesichtspunkten ausgerichtetes Programm. Regional Nachrichten ausführliche Regionaljournale, Reportagen und Service-Elemente gewährleisten eine hohe Hörerbindung. Das Musikprogramm orientiert sich an melodiösen Kriterien und umfasst in regional unterschiedlicher Gewichtung Uldis, Schlager und traditionelle Volksmusiksendungen. Die Musikfarbe der einzelnen Landesprogramme ist nicht einheitlich. Einige Sender fahren ein recht konsequentes Oldie-Format, während andere überwiegend deutsche oder volkstümliche Schlager spielen. Nachts strahlt jeder Sender sein eigenes Non-Stop-Musikprogramm aus, das nur für die Nachrichten unterbrochen wird. Bis Mitte der 1990er Jahre bestand noch ein gemeinsames Rahmenprogramm, das nur stundenweise durch Regionalfenster unterbrochen wurde. Das Gemeinschaftsprogramm hieß zunächst Österreich Regional, während der letzten Jahre Österreich II. Dazu lieferten die verschiedenen Landesstudios qualitativ wertvolle Beiträge, wie Autofahrer unterwegs, Turnier auf der Schallaburg oder bunte Reportageformate. Wegen der mit dem Einzug der Computertechnik verbundenen Kostenreduktion ging man Ende der 90er Jahre zur vollständigen Regionalisierung über. Der Stationsname Österreich II verschwand endgültig. Übrig blieben mehr oder minder durchformatierte Landeswellen mit hohem Informations-Anteil. Die ambitionierteren Projekte wurden weitgehend fallen gelassen. Und die Vielen Dank.